Es sind glaubende Menschen, es sind Menschen, die für etwas eintreten und die eine Botschaft haben. Es sind jetzt Repräsentanten von drei Religionen. Es sind alles Pastöre in verschiedenen Religionen. Glauben alle an einen Gott und sind bemüht um ihre Gemeindemitglieder. Ich habe da eindeutig eine Antwort drauf und zwar, sie haben alle ein A-Dinom drin. Und außerdem, ich habe eigentlich keine Ahnung, wirklich.